Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch! Hallo, willkommen beim Tele-Stammtisch zur Besprechung der dritten Staffel The Berg, die am 14. August endlich auch in Deutschland startet. Ich bin der Stu, ich habe null Sterne, aber mein persönlicher Stern ist dafür da der Manuel. Hallo Manuel. Oh, was für eine Einleitung. Ja, ich bin auf jeden Fall heiß wie Frittenfett. Und auch wenn es keine Fritten gibt, ich freue mich. Ja, da merkt man gleich, hier sind zwei Gourmets, die uns zusammengetroffen haben, um über die dritte Staffel The Bear zu sprechen. Bevor wir das tun, kurz hier noch die Anmerkung. Wir werden versuchen, Spoiler, so wie es nur möglich ist, zu vermeiden. Wir werden aber garantiert Sachen erzählen, die in den ersten beiden Staffeln passiert sind, sonst macht es wenig Sinn, über die dritte Staffel zu sprechen. Was wir auch noch sagen können, dritte Staffel ist in den USA schon gestartet, kommt am 14. August jetzt auch nach Deutschland zu Disney Plus, hat zehn Folgen. Und ja, ich sage es gleich vorweg, es ist die Staffel, die ich dieses Jahr am heißesten erwartet habe. Denn wenn ich von dir, lieber Manuel, nur als Beispiel, von dir mit einer Waffe bedroht werde und du würdest sagen, du sagst mir jetzt sofort, was ist deine aktuelle liebste Serie, wäre meine Antwort vermutlich The Bear. Und wie stehst du zu der Serie? Ich glaube, ziemlich ehrlich erst recht, nachdem ich jetzt die aktuelle Staffel nochmal gesehen habe oder jetzt gesehen habe. Ich fand die ersten beiden Staffeln wirklich einfach nur absolut erfrischend und herausragend. Und auch wenn es vielleicht ein bisschen, ja, es muss schon auch so ein bisschen, glaube ich, in die Stimmung passen. Es ist ja schon sehr hektisch, chaotisch. Es wird viel rumgeschrien. Es ist schon auch so ein bisschen teilweise depressive Stimmung. Da muss man ja schon mit klarkommen. Aber ja, sobald ich die ersten Folgen hier angemacht habe, war ich einfach schon wieder so gehuckt. Und als du geschrieben hattest, dass der Release kommt, den ich gar nicht selber auf dem Schirm hatte, war ich einfach nur sehr begeistert. Also für mich ist das im Moment auch eine der besten Serien in der ganzen Landschaft. Ja. Wie bist du eigentlich damals auf die Serie aufmerksam geworden? Das war tatsächlich, weil ich Boiling Point gesehen habe, ein grandioser One-Shot-Film, der genau in der Woche, glaube ich, wo The Bear Staffel 1 anlief, im Kino gelaufen ist bei uns. Und den fand ich einfach absolut genial. Also wer den noch nicht gesehen hat, kann den auch gerne mal sehen, gerade wenn man jetzt The Bear irgendwie mag. Und dann ist man irgendwie am Rumbrowsen, was guckt man so als nächstes. Und auf einmal kommt halt zufällig auf Disney Plus dann irgendwie eine Kachel. Man sieht nur irgendwie einen Typen. Ich kannte Jeremy Allen White nicht so wirklich, weil ich jetzt, Shameless war das, wo er gespielt hatte, glaube ich, habe ich nicht gesehen. Darum hat ihm jetzt die Figur nichts gesagt. Aber er hat halt irgendwie eine Schürze an und ein Kochoutfit und so. Und ich dachte, ja, komm, ich bin gerade richtig gehuckt. Habe Bock, irgendwie Einblicke in eine Küche zu kriegen und so. Und dann einfach angefangen und ich mir aufgehört. So war es bei mir. Also reiner Zufall eigentlich tatsächlich. Bei mir war es Shameless, warum ich die geguckt habe. Denn ich habe Shameless gerne geguckt. Muss aber auch sagen, dass die Serie, wie so viele Serien, die zu lange laufen, mit den letzten Shoppen schon einiges an Energie verloren hat. Aber Jeremy Allen White fand ich immer super. Ich möchte sogar so viel sagen. Ich glaube, wenn es Hollywood-Stars gibt, die mich persönlich schwul machen würden, Jeremy Allen White wäre ganz oben auf der Liste, muss ich ganz klar sagen. Ich habe gerade noch ein Foto in der Recherche, wo er, er macht ja, glaube ich, Unterwäsche-Währung für Calvin Klein oder so. Das ist ja, sorry, ist ja absurd. Also ganz, ja, verstehe ich, verstehe ich. Gut, danke, danke. Und habe die Serie halt dann gesehen. Und die ist ja relativ ohne großes Pauken und Trompeten in Deutschland gestartet. Übrigens, wenn ich jetzt frage, wo kommt jetzt eigentlich der Manu her? Wenn der bei sich irgendwie diesen, Yes-Chef heißt der Film in Deutschland, dieser Boston Point gesehen, der Manuel wohnt in den Niederlanden, schämt sich dafür nicht. Und darum konnte ich auch The Bear schon gucken, weil es hier schon raus ist. Genau. Auf jeden Fall, ich mochte Jeremy Allen White. Die erste Staffel kam relativ unspektakulär einfach hier über Disney Plus. Schaut mal rein. Und ich habe die wirklich an einem Abend durchgeguckt. Man muss dazu sagen, die erste Staffel hat nur acht Folgen. Und ich glaube, die längste geht eine halbe Stunde, die kürzeste geht gerade mal so 15 Minuten. Aber es war trotzdem ein Erlebnis und ein Ereignis, weil diese Serie von der ersten Sekunde an, ähnlich wie auch dieser Film Boating Point, sowas Energetisches hat. Sowas Einnehmendes. Es ist, diese Serie ist eigentlich purer Stress, finde ich. Aber das macht sie halt irgendwie aus. Und vor allem, dieser Stress sorgt zwar auch dafür, dass man so ein Gefühl hat für dieses Leben, für diese Küchenarbeit. Aber du lernst dadurch auch diese ganzen Figuren kennen. Und das Interessante ist ja, ich würde sagen, in der ersten Staffel hast du halt Sydney. Das ist so die neue Köchin, gespielt von, jetzt ist mir ihr Name. Ayo Andibiri. Dankeschön, die auch in der dritten Staffel eine Folge inszeniert hat. Über diese Folge müssen wir unbedingt reden. Oh, das wusste ich noch gar nicht. Okay. Die hat die Folge, die sechste, wo es darum geht, wie diese eine Köchin zu The Bear kommt. Geil. Ja. Jetzt habe ich mich selbst irgendwie manipuliert und zum Schäuper gebracht. Also. Ja, okay. Es geht um Sydney. Es geht um, genau. Und es geht um Camry. Ja. Und es geht um. Carmi, ja. Also, ja. Es ist so viel. Die Namen in der Serie sind wirklich. Richie. Den wollte ich noch so. Ach so. Es geht um Carmen. Es geht um Richie. Und es geht um Sydney. Das sind so die drei Hauptfiguren, würde ich sagen. Und drumherum gibt es immer wieder so Figuren, die nicht auffloppen. Aber die sind halt immer wieder da. Aber nach und nach bekommen die halt auch ihre Geschichte. Also, dieser Koch Marcus, der sich dann nach und nach so fürs Backen interessiert. Dann haben wir hier Tina, die halt eben am Anfang sehr gegen alles ist. Dann hast du Sugar, die Schwester von Carmi. Ja. Dann hast du hier diesen echten Internetkoch, Matthew Mervison als Neil. Ja. Der auch erst so nach und nach dazukommt. Und das ist, glaube ich, schon auch gleich einer der Punkte. Und ich gehe jetzt einfach mal direkt all in. Ja. Wenn es ein Problem der dritten Staffel ist, es sind mittlerweile so viele Figuren, dass du es meiner Meinung nach nicht mehr adäquat hinbekommst, denen allen einen gerechtfertigen Raum zu geben, finde ich. Du hast das Problem. Es ist so viel. Irgendjemand fällt immer so ein bisschen drunter. Leider. Stu, was soll ich sagen? Wir hatten im Vorgespräch das kurz angedeutet, dass ich die Serie einfach absolut abfeiere und du noch ein paar Kritikpunkte hast und ich natürlich auch Kritikpunkte habe. Das ist mal wieder genau einer der Kritikpunkte, die ich auch so aufgeschrieben habe. Ich fand schon, dass zum Beispiel in der zweiten Staffel war der Charakter von Ibrahim, den fand ich eigentlich immer super spannend. Und ja, er war in der ersten Staffel ja auch da. Und in der zweiten Staffel ist ja eigentlich, hat jeder ja so seine Entwicklungsfolge bekommen, wie er jetzt quasi von, wir gehen jetzt von einem Sandwichladen auf der Straße zu einem Nobelrestaurant in dem Fall werden wollen und da halt ihren Skill lernen. Und da bekommt er zum Beispiel auch gar keine, gar nicht viel Raum, wo das für ihn gezeigt wird oder so. Und da ist er schon sehr blass. Und da fing das dann schon so ein bisschen an und es werden immer mehr Charaktere eingeführt und es ist ja auch alles, man weiß ja gar nicht, wer ist eigentlich alles echte Familie und wer nennt sich einfach nur Bro und Ankel und keine Ahnung was. Und da kommen immer mehr und mehr und mehr, auch durch Cameos, die dann verwendet werden, die dann einmal kurz einen Auftritt haben und in einer Folge später wieder weg sind, was alles super cool ist. Aber es sind einfach wirklich sehr viele Charaktere. Und jetzt in einer dritten Staffel, die ja dann auch wieder in Anführungszeichen nur zehn Folgen hat und die ja auch alle zwischen, was, 25 und 40 Minuten gehen, ist halt Raum schon knapp. Und dadurch, dass sie dann eine Entscheidung treffen, die ich sehr geil finde, wie wir machen jetzt einfach eine ganze Folge und fokussieren uns auf das eine Thema und zeigen halt nichts von den anderen, ist Screentime schon sehr rar in der Serie, würde ich sagen, ja. Ja, und also dieser Matty Mephison als dieser Neil, das ist dieser dicke, überall tätowierte Koch oder Kellner, der ist halt super sympathisch. Ja. Aber ich finde, er kam halt für mich zu spät in die Serie rein und da gab es dann noch andere Figuren, von denen hätte ich dann lieber mehr gesehen. Ich kann verstehen, warum sie ihnen einfach diesen Spot geben, weil er einfach auch eine Internetpersönlichkeit ist. Das ist natürlich als Marketingkampagne echt ganz gut und er macht seinen Job auch toll. Ich möchte jetzt hier nicht das Verstanden wissen, dass ich ihn nicht mag oder seine Figur nicht schätze. Aber gerade dieser Ibrahim ist ein gutes Beispiel. Der hatte halt in der ersten Staffel noch so, da hatte ich das Gefühl, da steckt doch irgendwas hin oder irgendwie Potenzial. Und jetzt ist es halt so, er taucht halt immer nochmal auf und hadert ja auch mit seinem in Anführungszeichen neuen Position innerhalb des Ladens. Aber so richtig das Gefühl, dass sie mehr draus machen, habe ich halt nicht. Und sie bürden sich halt einfach verdammt viele Charaktere mittlerweile auf und versuchen jedem auch immer so ein Stück von Kuchen zu geben. Die Frage ist halt, wie viele Stücke Kuchen bleiben dann wirklich übrig? Und das ist für mich halt wirklich der ganz große Knackpunkt in der dritten Staffel. Die, das würde ich gleich verstehen, die ist großartig, das ist eine super Staffel, gar keine Frage. Aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass sie es in der dritten Staffel so ein bisschen versäumt haben, so einen richtigen Fokuspunkt zu setzen. Oder zu viele Fokuspunkte, vielleicht ist das ja das Problem, dass sie zu viele Sachen abarbeiten wollen. Und dass ich im Gegensatz zu den ersten beiden Staffeln die dritte Staffel wirklich nicht an einem Stück gesehen habe, sagt schon viel aus. Weil es gibt halt so Momente, wo diese Staffel wirklich auch diesen Drive hat, diesen Esprit, dass sie dich so mitzehrt, dass du gar nicht bemerkst, wie schnell die Zeit vergeht. Und du aber auch merkst, boah, es ist gerade irgendwie stressig, aber das macht das geil. Aber du hast auch öfters Momente, wo es mir so ging, wo ich dachte, ja irgendwie, was ihr gerade macht, ist bestimmt gut, aber es interessiert mich gerade irgendwie nicht so sehr. Okay, das hatte ich tatsächlich nicht, muss ich sagen. Also ich habe die Staffel jetzt in zwei Sitzungen geguckt. Also ungefähr die Hälfte, zweimal. Und hatte eigentlich nie das, ich hatte wirklich immer ultra Bock. Ich hatte eigentlich nie das Gefühl, dass ich jetzt was sehe, was ich nicht sehen müsste. Von daher würde ich jetzt eher mit deiner Aussage d'accord gehen, wenn, die büren sich ein bisschen zu viel auf. Weil was ich sehr zu schätzen, weil sie machen das, ich möchte da später nochmal drauf kommen, aber sie machen das, worauf sie Bock haben. Und das heißt aber, dass sie manchmal eben einfach gewissen Personen sehr viel Zeit einräumen, was halt super cool ist und man sehr viel Tiefe bekommt und eine Entwicklung sieht und man auch einfach mal vielleicht zum Beispiel aus der Küche rausgeht und mehr im Privaten was sieht und so weiter und sie einfach denken, nee, wir wollen jetzt dem Charakter hier die Tiefe geben und die Wertschätzung und wir machen das jetzt einfach. Und das hat dann halt aber, wie du sagtest, Konsequenzen, dass andere Dinge auf der Strecke bleiben, wie zum Beispiel die anderen 20 Charaktere. Darum ist es für mich eher so ein, ich finde alles, was sie zeigen, eigentlich super spannend und war immer dabei. Nur dadurch ist es dann manchmal, wird es nicht allen gerecht einfach. Das ist, glaube ich, meine Quintessenz so. Was sagst du denn dazu, dass sie ja schon das Ende der zweiten Staffel aufgreifen, aber es ansonsten, ja, wie soll ich sagen, es ist, es fühlte sich für mich nicht wirklich wie eine Fortführung an. Also kurz zur Erklärung, die zweite Staffel endet ja damit, dass Camry oder Kami eingesperrt ist in der, in der, hier in diesem Kühlraum, Kühlraum, danke schön. Und halt so ein bisschen so, ja, sich alles so vom Leib labert und dabei auch Sachen sagt gegen seine, in Anführungszeichen, ich nenne es mal Freundin, Claire, und die dann natürlich dann wenig erzückt ist, als sie das hört und dann quasi mit ihm Schluss macht. Und dieses Thema Claire wird in der dritten Staffel, es wirkt immer so wie so ein Nebel, wie so ein Schleier, der über allem liegt. Und ich bin mir immer noch unschlüssig, ob ich es gut finde, dass sie dieses Claire-Thema sich so ein bisschen offen lassen, weil ich kann mir vorstellen, ihr kommt in der vierten Staffel vermutlich nochmal zurück. Aber es wird halt eben nicht so wirklich angegangen, aufgeklärt. Fandest du das auch oder siehst du das anders? Okay, ich habe schon ungefähr fünf Millionen Sachen, die ich dazu sagen will. Okay, bitte, bitte. Ich lehne mich zurück und die Bühne über dir. Also erst mal einfach erste Folge würde ich mit einsteigen. Ich fand, ist ja jetzt ein Jahr her, also eigentlich gar nicht so lange, aber ich hatte das Ende so im Kopf, wie du es gesagt hattest. Und dann fängt die erste Folge an und man hat so einen Zusammenschnitt aus, also die Folge heißt Tomorrow, also der Tag im Grunde nach der ersten großen Nacht, in der das Restaurant eröffnet wurde. Und man begleitet jetzt so ein bisschen die Charaktere und was ist gerade ihre Stimmung. Und es gibt super viele einfach so Zusammenschnitte aus verschiedenen kurzen Episoden und Szenen und in deren Leben und was sie gerade machen und was sie fühlen. Genauso wie sehr viele Rückblicke, die ich sehr schwer teilweise zu identifizieren fand. Was ist jetzt eigentlich Rückblick und was ist gerade nicht Rückblick? Gerade halt unter der Voraussetzung, dass es ein Jahr her ist, dass man oder für die meisten jetzt irgendwie dann, wenn man es nicht alle Staffeln am Stück schaut, dass es eine Weile her ist mit der letzten Folge und dann muss man erst mal irgendwie so wieder reinkommen. Und dann waren die Rückblicke, die man teilweise nicht so ganz als Rückblicke erst mal identifizieren konnte, ein bisschen anstrengend. Aber ich finde diese Folge so fantastisch, weil sie im Fernsehen einfach niemals funktionieren würde. Es wird kaum geredet. Es gibt kaum Dialog. Es gibt einfach nur Show, Don't Tell. Es wird einfach die ganze Zeit so der Zuschauer in die Gefühlslage der Protagonisten reinversetzt durch einfach Aufnahmen und eben Szenerien und Zusammenschnitte und so weiter und das halt für 30 Minuten lang. Das könnte in anderen Folgen ist das irgendwie eine Opening Sequenz und die machen es einfach eine halbe Stunde lang, weil das einfach für, also in meiner Erklärung für sie halt jetzt ein guter Weg ist, die neue Staffel irgendwie anzufangen und zu zeigen, wo stehen die Leute und ich hole den Zuschauer gefühlsmäßig ab. Da kommt dann eine Szene, wenn du willst, sag, sonst komme ich auf Claire. Du bist so gut im Laufe. Da kommt dann eine Szene, die ich schon wieder so grandios fand, zwei sogar. Eine war dann eben mit Claire, wo dann so ein bisschen Rückblicke gezeigt werden zu einer, ja, wie Claire und Kami halt irgendwie gerade ihre Beziehung führen und verschiedene Szenen miteinander reden und so weiter. Und er dann, dann quasi Schnitt ins Jetzt und man, wir wissen, er hat es halt verbockt. Er hat sich Scheiße benommen, sie hat es irgendwie mitgekriegt, sie hat Schluss gemacht im Grunde, er hat es verbockt und dann sagt er, I'm sorry. Und man denkt so, ah, okay, er sagt aber, I'm sorry. Und dann wird geschnitten oder die Kamera geschwenkt und man zeigt aber nicht sie, sondern Sydney. Und er hat dann sich halt für irgendwas anderes bei Sydney entschuldigt, obwohl er sich eigentlich bei Claire entschuldigen sollte. Und diese Tatsache, dass er sich nicht entschuldigen kann bei Claire, wird halt dann im Verlauf der Serie noch ein, zweimal aufgegriffen, ist ja fast auch nochmal irgendwie eine halbe Folge oder so. Und ich fand, das hat eine sehr schöne, ja, nicht in dem Fall Klammer geschlossen, aber das hat für mich gut funktioniert. Auch wenn ich auch sagen muss, dass Claire schon relativ kurz kommt. Und ich hatte dann, wie du ja gesagt hast, dass sehr viele Dinge einfach gleichzeitig passieren, schon so nach fünf Folgen das Gefühl, okay, die, sie werden es nicht schaffen, das hier zu Ende zu erzählen. Und das ist dann ja genau das, was passiert. Und ich glaube, das ist dann, was du sagst, dass dann in der vierten Staffel wahrscheinlich der Fokus dann vielleicht wieder mehr auf, ja, die Versöhnung oder gibt's eine Versöhnung oder nicht mit Claire kommt, wo darauf mehr eingegangen wird, weil jetzt einfach dafür kaum Raum gewesen ist. Das war meine lange Ausholung. Ich hätte noch mehr zu sagen zur ersten Folge, aber ich wollte erst mal nur deine Frage beantworten. Also es gibt ja zehn Folgen insgesamt. Wie lange würdest du jetzt brauchen für jede einzelne Folge? Weil dann gehe ich nochmal kurz einkaufen. Nee, wir machen erst mal weiter, vielleicht komme ich nochmal darauf zurück. Ich fand die erste Folge einfach schon so großartig, weil sie für mich so ein bisschen auch einfach die Essenz von The Bear zeigt, weil sie einfach stilistisch und entscheidungsmäßig das machen, worauf sie Bock haben. Und wer das schon nicht mag, braucht gar nicht weitergucken. Ja, aber das muss man dazu sagen ist, sie machen das schon, worauf sie Bock haben, aber es ist halt immer durchdacht. Da steckt immer mein Masterplan hinter. Das ist jetzt nicht so, wir schmeißen jetzt irgendwas gegen die Wand und schauen, was es wird und sagen, dann ist es Kunst. Da steckt schon im Prinzip wieder ein Konzept, eine Idee, eine Methodik und das macht die Serie auch wirklich so gut. Und ich meine es wirklich wortwörtlich, es ist eine Serie, die streckt mich halt an. Aber das möchte ich wirklich als Kompliment verstanden wissen. Auch in der dritten Staffel sind die Momente, ganze Folgen, wo ich so eine Anspannung habe, aber sie bekommen es auch jedes Mal hin, dass sich diese Anspannung so legt, so ein bisschen so auflöst. Also mir fällt jetzt kein besseres Beispiel ein, aber es gibt dieses sehr schöne Lied von Radiohead, How to Disappear Completely, das so einen kompletten Sturm aus Dissonanzen irgendwann endet, bis die sich so nach und nach so auflösen. Und das so ähnlich wirkte auch The Bear auf mich. Und das Paradebeispiel ist die Folge in der dritten Staffel, das ist glaube ich für mich die beste Folge dieser Staffel. Und das ist die sechste, wo es halt eben darum geht, wo wir erfahren in einem Rückblick, wie Tina halt zum Laden The Bear gekommen ist. Und das war auch so eine Episode, die hat mich komplett emotional investiert, da war ich wirklich komplett drin und war auch immer irgendwie angespannt und ich konnte es so nachvollziehen, wenn Tina dann einfach da sitzt und ihr gratis Sandwich isst und einfach anfängt zu weinen und dann kommt ja der hochsprüngliche Michael, wieder gespielt von John Byrne, und hält da diesen, ich sag es mal Monolog, famose Folge, das war wieder grandios. Und für solche Momente liebe ich halt The Bear und sowas bekomme ich aktuell, zumindest so weit ich das beurteilen kann, im Serienbereich auch wirklich nur noch hier. Ja und man wird halt als Zuschauer wirklich für voll genommen. Also die ganzen Serien, ich will jetzt nichts nennen, aber die einen einfach gefühlsmäßig verarschen und einfach billig erzählen, das ist hier halt nicht der Fall. Und darum finde ich das einfach nur so schön, diese Serie zu sehen. Und Folge 6 zum Beispiel auch, also die mit Tina, die du auch erwähnt hast, finde ich auch einfach so grandios und als Michael dann anfängt, also man lernt ja dann über die Zeit, sie verliert ja ihren Job und man lernt dann, sieht dann, wie sie halt auf Jobsuche geht, sie ist aber auch nicht mehr die Jüngste, wird die ganze Zeit konfrontiert damit, dass sie Ablehnung bekommt von jüngeren Leuten, was ja dann auch, das schiebt einen so ein bisschen dann auch vielleicht in so eine Schiene, Gedankenschiene, ah die jungen Leute, so ein bisschen negativ. Dann kommt der Monolog von Michael, ich muss sagen, dann war irgendwann abzusehen, was passiert und ich hatte ungelogen Pipi in den Augen, ich fand es einfach nur geil. und dann am Gegenende, wo Tina dann aber nochmal so reflektiert und man so ein bisschen schon, fand ich von der Serie, über dieses negative Gedankengut, das so vermittelt bekommen hat, zieht sie dann aus dieser ganzen Situation nur positive Dinge raus und erzählt noch so, ja, aber eigentlich, klar war das irgendwie alles hart, aber ich muss auch, ich sehe eigentlich nur das Positive, ich sehe halt, da sind auch diese Dinge, die passieren mir und die Leute, die sind halt da und sind motiviert und vielleicht bin ich das nicht mehr, aber die anderen und das ist doch toll und ich kann daraus auch Stärke ziehen und ich fand es auch schon wieder einfach schön, dass dann mit so einer positiven Attitüde im Grunde da doch einfach wieder auch wieder rausgegangen wird, obwohl es vorher schon einfach sehr erdrückend war. Wobei man ja auch sagen muss, dass die Serie sich ja auch nicht davor scheut, klar zu machen, das ist nicht alles Gold, was glänzt, denn Michael, wissen wir ja, hat sich ja auch später umgebracht zum Beispiel, also das muss man auch sagen, das ist eine Serie, das finde ich auch stark, die macht dich auch immer ganz klar, was auf, das ist nicht alles, nicht alles ist Gold, was glänzt und nicht alles ist Kacke, was braun ist, um es mal ganz poetisch auszudrücken. Nee, also ich finde, das ist ja auch eine sehr kaputte Familie und so weiter, das ist ja auch eine Essenz der Serie. Ich fand es nur schön, dass in dem Beispiel einfach Tina was Positives aus, was negativ aussieht. Genau, und das fand ich eben auch das Schöne an der Serie, die sind alle im Prinzip kaputt, das sind alles Individuen, die an und für sich gebrochen sind, die kaputt sind, die auf irgendeine Art und Weise gescheitert sind, zumindest aus ihrer Perspektive, aber sie machen weiter, sie stehen füreinander ein. Ich meine, letztlich, die schreien sich halt, können die da anders kommunizieren, als zu schreien? Ich glaube nicht, aber es hat trotzdem was Liebenswertes, ja, weißt du? Ja, so was Reales dann irgendwie, ja. Ja, und auch so was Hoffnungsvolles und das halt zusammen mit dieser Faust, die immer wieder auf dich drauf prallt, weil die ja auch wirklich keinen, die gehen ja auch keine Kompromisse ein. Wenn es ja jemandem schlecht geht und hat Probleme, dann hat er das auch. Also, bestes Beispiel, ich glaube, die Folge, die mich emotional mehr als einmal gebrochen hat, war die Folge Fische in der zweiten Staffel. Also, allein diese Szene mit der Gabel, wo er die Gabel zu werfen, das klingt so wie so ein Lappalier, weißt du, das Familienessen, einer tut so, als würde er eine Gabel werfen und plötzlich es krägt die Situation. Das klingt total banal, aber das war mit eines der spannendsten und emotional krassesten Sachen, die ich jemals in der Serie gesehen habe, so hart es klingt. Ja, und auch wieder, weil aber sich die Serie Zeit nimmt, diese Dinge halt aufzubauen. Du hast ja zum Beispiel auch gesagt, dass der Übergang teilweise so fließend ist. Ich fand, ein gutes Beispiel dafür ist auch, irgendwann gibt es eine Szene, also in der, ist jetzt eigentlich, glaube ich, kein Spoiler, Ende der zweiten Staffel kriegt Markus ja eine Textnachricht oder ganz viele Anrufe aus dem Krankenhaus. Und es ist halt was passiert und ich glaube, das ist jetzt kein Spoiler, wenn man, oder? Wenn man sagt, dass seine Mutter gestorben ist und das nimmt halt auch relativ viel Raum ein in der Staffel jetzt. Und es gibt dann, ich finde, die Serie macht dann sehr viel mit Musik und es gibt eine, ich glaube, es ist die dritte, auf die vierte Staffel oder Folge, ich bin nicht ganz sicher, ich glaube, die dritte Folge, wo dann auf einmal super stimmungsvolle, melancholische Musik, wir sind auf einer Beerdigung in der Kirche oder Zeremonie in der Kirche bezüglich der Beerdigung und so weiter. Es wird dem Ganzen sehr viel Zeit gewidmet und dann so ganz allmählich gibt es so einen Übergang. Man kriegt mehr so Szenen eingeblendet, die wieder in der Küche stattfinden, aber auch wieder zurück in der Zeremonie und es ist immer so ein leichtes Hin und Her. Und so ganz unterschwellig ändert sich die Musik, es ist immer eine Orchestermusik in der Folge, und die ändert sich aber von so melancholisch, stimmungsvoll und schwer in irgendwas Aggressives, Schnelles, Chaotisches und auf einmal geht es in der Küche halt wieder ab. Und dieses auf einmal ist halt 20 Minuten. Und da wird sich einfach halt die Zeit genommen, das halt alles so zu transportieren über Bild, Ton, Musik. Ja, also so geht es halt in der ganzen Serie. Ich könnte tausende von solchen Szenen aufzählen. Es gibt wirklich ganz, ganz viele tolle Szenen, auch in der dritten Staffel. Für mich eine der prägnantesten Szenen, und da muss ich ein bisschen aufpassen, weil das ist dann schon ein bisschen gespoilere, aber ich glaube in der ersten Staffel sieht man ja, dass Kami während seiner Ausbildung zum Profi-Supersterne-Koch ja auch einiges erleiden musste. Also gerade was so psychologischen Terror, nenne ich es mal, angeht und Druck. Und einen seiner Unterdrücker, den trifft er ja jetzt am Ende der dritten Staffel. Und ich glaube, er hat sich schon so ein bisschen erhofft, da mal alles loszuwerden. Und ich kenne dieses Gefühl, wenn du einer Person, die dir nicht gut getan hat, einfach mal alles so gegen den Kopf schmiltern möchtest. Also richtig die Geige blasen so. Genau. Weißt du, so all die Leute, die früher gemeint zu dir gewesen sind oder so, einfach mal sagen, und jetzt hau ich dich vorbei mal so richtig zum Rei. Und man merkt auch, wie nervös Kami dann ist. Und dann kommt es zu diesem Gespräch, und dieses Gespräch ist halt sehr, sehr kurz. Es ist fast schon antiklimatisch. Und dadurch ist es irgendwie noch irgendwie, also niederschmetternder. Also das war eine richtig krasse Szene, weil die wirkte auch so real. Also die wirkte auch wirklich, weil was der Typ ihm halt sagt, das stimmt ja auch irgendwie. Ja. Und vor allem, weil es gut gespiegelt wird, in der gleichen Folge sieht man einen Rückblick, wo Kami lernt von einem alten Koch, wie man so ein Hühnchen zubereitet. Und dieser Koch ist so geduldig und so lieb und nett. Und die machen Smalltalk. Wirklich so fast schon väterlich, ja. Thomas Keller übrigens. Genau. Das wusste ich natürlich auch. Kann ich gleich noch was zu sagen. Und durch diesen Kontrast, diesen jemand, der fast schon mentorenhaft ist, und dann aber wirklich danach dieser, ich nenne es mal Kochimperator, ja. Und Kami ist halt einfach eine schwache Person. Das meine ich jetzt wirklich nicht negativ, oder dass ich ihm Finger auf ihn zeigen möchte. Kami ist einfach eine Person, der ist in gewissen Aspekten sehr stark, aber der ist halt einfach eine gebrochene Person. Und dieser eine Moment, wenn er sich so seinen alten, ja, sein altes Feindbild zur Brust nimmt und dieses alte Feindbild, den er aber innerhalb von zehn Sekunden quasi schacht mats setzt, verbal, ist halt wirklich eine harte Szene. Ja. Da kamen mir fast die Tränen, muss ich sagen. Und ich meine sehr selten. Ich muss sagen, also das war ja, wie du sagst, er will, er wünscht sich jetzt so Absolution, ne, von dieser Szene. Ja, genau. Und er merkt aber, eigentlich weiß er gar nicht, was er sagen will. Ne, er steht dann da, sagt halt die berühmt zwei Wörter und danach steht er und war so, ähm, warte mal, was will ich denn eigentlich noch so sagen? Ich hab das alles in meinem Kopf so drin, aber ich weiß gar nicht, was ich dir jetzt genau an den Kopf werfen will. Äh, und das tut er dann noch ein bisschen, aber klar, die Reaktion von ihm ist dann wirklich, ja, entwaffnend, ne. Und ich glaube aber, so zumindest hab ich's interpretiert, ich weiß nicht, vielleicht hab ich's auch falsch interpretiert, aber ich glaube, so wie Kami da rausgegangen ist, hat er diese Absolution bekommen. Ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass er da rausgegangen ist und irgendwie doch noch was vermisst hat, sondern eher, dass er so realisiert hat, okay, vielleicht ist das gar nicht zielführend, wenn ich der Person jetzt einfach alles an den Kopf werfe, was soll sich da noch ändern, ne? Es ist jetzt halt so, ähm, und ich realisiere das lieber und lebe jetzt damit und versuche damit umzugehen und das, äh, die eine, die, das ist auch eine Einsicht einfach, dass es halt nichts in dem Sinne jetzt mehr bringt. Und ich hatte so das Gefühl, dass er da doch, äh, nicht als Gewinner vielleicht, aber, ähm, positiv aus der Sache rausgegangen ist und nicht, dass ihm jetzt noch irgendwie was fehlt an der Stelle. Aber vielleicht hast du das ja auch anders gesehen. Nee, tatsächlich nicht. Also, ich glaube schon, dass Kami, genau wie ich, ein bisschen enttäuscht war, weil auch ich hatte natürlich diesen Wunsch gehabt, so dieses so, ne, diese Gerechtigkeit, ne, endlich mal und jetzt, jetzt, und jetzt weinst du mal und jetzt bist du mal derjenige, der ganz klein mit Hut ist, aber was ich so am Ende für mich rausgenommen habe, ich meine, ich weiß ja nicht, wie sein ehemaliger Peinicker wirklich ist. Wir kennen, wir kennen ihn nicht. Wir wissen nur, wie er in der Küche anscheinend war und privat, also so wie er gespielt wird von Joe McHale, ist es auch keine sympathische Figur. Ähm, aber irgendwie, hm, ich hätte es ihm halt schon irgendwie gewünscht, dass, dass diese triumphale Szene. Klar. Und, aber ich glaube, Kami weiß halt dafür jetzt vielleicht einfach, dass, dass, dass er der bessere Mensch ist. Vielleicht nicht der bessere Koch, aber auf jeden Fall der bessere Mensch. Das ist ja schon viel wert. Und meine Hoffnung ist, dass er jetzt auch noch daraus mitnimmt, aber im Grunde kommt ja fast danach ein To Be Continued, aber meine Hoffnung ist jetzt, dass er daraus mitnimmt, dass er so halt nicht sein muss. Ähm, in seiner eigenen Küche. Obwohl er natürlich jetzt schon sehr viel da, davon geerbt hat und gelernt hat, weil er ja dadurch jetzt im Grunde auch so ein exzellenter Koch geworden ist. Aber ich glaube, das war für ihn so der Moment, so ein bisschen, äh, zu realisieren, okay, aber es, er hat mich zu dem gemacht, aber eigentlich will ich das so nicht. Und ich kann das auch anders. Und ich hoffe, das ist was, was passiert vielleicht in der vierten Staffel. Mal gucken. Aber gerade diese, diese Suche von Kami nach Perfektionismus, die er ja wirklich hat, die er auch vermutlich auch von dieser Person hat, gesorgt ja auch mit dafür, dass das Restaurant einen sehr schwierigen Stand gerade hat. Also, das kann man ja verraten, zwischen ihm und Sydney bröckelt die Beziehung, also die Arbeitsbeziehung ja ordentlich und die Staffel endet ja auch sehr offen, aber sie endet auch damit, dass wir uns durchaus Sorgen machen müssen, ob das in Anführungszeichen Dream Team, äh, Sydney und Kami noch in Zukunft zusammenarbeiten wird. Weil, er tut halt, Kami tut wirklich viel dafür, dass, dass das Team irgendwie auseinander fällt, ne? Also. Ja, darum, wie gesagt, meine Hoffnung, dass das ist, was er aus dem Gespräch mit rausgezogen hat, dass er vielleicht sich, ja, durch, also erkennt, dass er sich vielleicht auch ein bisschen anders verhalten muss und, äh, vielleicht, dass dadurch noch in Anführungszeichen gerettet wird, weil er steht jetzt schon doch sehr auf der Schwelle, ne? Ähm, was da mit den, oder hauptsächlich mit Syd, äh, im Grunde in den nächsten Folgen passieren wird, ja. Ja, also, die Staffel endet auch in Anführungszeichen relativ offen und auch unbefriedigend, also es hat für mich mehr sowas von einer Übergangsstaffel und ich glaube, dass sie die vierte Staffel ja auch, glaube ich, jetzt schon drehen oder relativ jetzt auch bald anfangen zu drehen, dass sie vermutlich nächstes Jahr dann auch kommt, ähm, weil ich weiß noch, nach dem Ende der ersten und der zweiten Staffel gab es zwar noch offene Fragen, aber die endeten jeweils immer so, ich dachte, okay, dieses Kapitel ist jetzt beendet und bei dem Ende von Staffel drei war, haben das, haben sie sich einen Moment ausgesucht, äh, um Schluss zu machen, wo ich mir dachte, okay, Leute, was soll das? Ich bin, das könnt ihr nicht machen, das ist nicht gemein. Ja, ich glaube, das ist, so ein bisschen hatten wir ja schon angedeutet, es gibt nicht so wirklich das eine Ziel jetzt, ne? In der ersten Staffel war halt, okay, erstmal Laden übernehmen. Zweite Staffel war halt, okay, erstmal neuen Laden überhaupt an den Start kriegen und jetzt ist es halt, okay, wir wollen einen Stern haben, aber es ist immer noch der gleiche Laden so und jetzt entwickeln sich die Leute und was ist eigentlich genau das eine Ziel, das nicht mehr so ganz, äh, vielleicht zu fassen und ich muss auch sagen, dass ich das gut finde, weil ich hatte schon Angst in Anführungszeichen, ähm, was machen sie danach? Ja, ich würde halt gerne mehr sehen, aber was machen sie? Okay, sie kriegen jetzt den Stern und dann danach vielleicht noch eine Staffel, wo alles auseinanderfällt und das war's, weil was willst du noch machen? Aber dadurch, dass man das jetzt vielleicht eher ein bisschen in die Länge zieht und, also in Anführungszeichen in die Länge zieht, aber noch nicht zu einem Abschluss gebracht hat in dieser Staffel, ähm, bietet das vielleicht mehr Gelegenheit, noch mehr Staffeln zu machen und solange die so bleiben von der Qualität, hätte ich da nichts dagegen. Ja, wobei ich jetzt schon sage, ich glaube, ich hätte nichts dagegen, wenn sie sich ein realistisches Ziel setzen, weil ich, ich sehe es halt bei Shameless und Shameless ist so ein bisschen, geht in eine ähnliche Richtung wie The Bear, ein bisschen anders, ein bisschen komödiantischer, aber schon in eine ähnliche Richtung und da war es auch so, wie bei ganz vielen guten Serien, du hast halt immer so diesen Peak und der ist famos, aber danach muss man sich auch irgendwann eingestehen, du kannst halt nicht immer so gut bleiben, es ist, geht einfach nicht, ähm, deswegen hätte ich auch kein Problem, wenn die Serienmacher jetzt sagen und ich halte die für relativ, äh, gescheite Leute, dass sie vielleicht sagen, Leute, wir haben halt Inhalt für insgesamt fünf Staffeln und fünf Staffeln klingt für mich zum Beispiel einer runden Sache. Ja, ne, da bin ich ganz bei dir, also ich hab mich halt nur sonst gefragt, okay, wenn sie jetzt alles schon abschließen wieder, dann ist, ich glaube, irgendwann funktioniert jetzt nicht mehr immer so strikte Kapitel zu haben, äh, sondern irgendwann ist es dann halt einfach so, dass es so, ja, so offen bleibt. Ja. Das ist dann in dem Moment vielleicht ein bisschen unbefriedigend, aber, und das merkt man dann halt, fand ich schon, so in Folge sechs, sieben, dass es, es kann nicht geschafft werden, das alles zum Abschluss zu bringen und es werden immer noch auch sogar neue Dinge aufgemacht, äh, das war dann irgendwann schon abzusehen und dann waren irgendwann, muss ich kurz pausieren, war noch acht Minuten, da ist so, okay, hier ist ja nichts geklärt, also das geht ja nicht, ne. Ja, es gibt ja wirklich auch dieses Mal wieder zwei Folgen, die man quasi so aus den ganzen Handlungen um The Bear halt raus, also rauslassen kann. Ja. Einmal halt eben die sechste Folge und ich glaube, dann ist es die siebte oder achte Folge, wo. Achte, glaube ich, meinst du? Mit der Geburt. Ja. Ja. Ja, wo wir dann auch wieder Jamie Lee Curtis haben. Ähm, ich habe irgendwo gelesen, dass die dritte Staffel es ein bisschen zu gut meint mit Gaststars und Cameos und. Ah. Echt? Also, das, also ich, es gab ein paar Cameos, die haben mich wirklich überrascht, ich möchte jetzt hier niemanden nennen, aber es gibt einen ehemaligen Wrestler oder immer noch Wrestler, der da plötzlich auftaucht und sagt, okay, okay. Und, und dachte mir so, ey, der kann ja richtig schauspielern, das ist, finde ich gut. Dann hast du halt noch ein paar Rückkehrer aus der zweiten Staffel, aber ich, ich fand das alles okay, das alles wirkte organisch. Es hatte nie so diese, okay, außer diese eine Szene mit dem Wrestler, äh, hatte, weißt du? War aber auch herrlich. Das war schon herrlich, aber das wirkte schon so ein bisschen, übrigens, Leute, applaudiert, denn hier ist, äh, hier ist dieser Star oder oh, ne? Ja. Ähm, das, das haben sie so jetzt nicht mit den anderen Gaststars, aber man muss schon sagen, es ist schon erstaunlich, wenn du bedenkst, wie klein die erste Staffel war und dann, ne? Ich meine, der erfolgt zurecht und wurde ja auch mehrfach preisgekrönt und nominiert, ähm, aber du merkst schon, dass die jetzt einen guten Ruf haben, denn anscheinend können die wirklich jeden haben, den die wollen, ne? Ja, aber ich glaube, dass ja sogar, äh, ich würde sagen, es waren mehr Cameos in der letzten, äh, Staffel fast schon, da war ja noch Bob Obenkurt dabei. Genau, die Folge Fische halt, ne? Ja, genau, allein die Folge Fische und so. Äh, das heißt, ich fand das hier, ja, ich fand das hier gar nicht, ähm, so viel und ich fand's, äh, also ich glaube, die anderen Cameos, die es gab, ich hab das vorhin ein bisschen gegoogelt, äh, kannte ich einfach nicht, darum, ähm, das hat mich, das hat mir das jetzt nichts gesagt beim Gucken. Äh, was ich aber schon noch spannend fand, war, äh, um die Klammer nochmal zu schließen, es gibt eben drei, äh, Sterneköche, die in der, äh, in der Staffel einfach selber mitspielen. Das ist halt unter anderem Thomas Keller, bei dem, äh, er eben diesen, äh, das Gabelbein aus dem Truthahn entfernt und so und da schon, ich hab jetzt gerade nochmal die erste Folge gesehen, in der ersten Folge auch schon bei ihm ist zum Beispiel und die ganze Zeit sein, äh, Notizbuch, in dem er ja auch viel malt, das ist sehr viel aus seinem, äh, Restaurant The French Laundry und das gibt's halt auch tatsächlich seit 97 oder so, ähm, und dann gibt's noch den René Rezepi, auch in drei Michelin-Star-Restaurantschef und den Daniel Boudou, äh, Boulou und die kommen alle, äh, in der ersten Folge schon vor und sind sehr viel in Rückblenden vertreten und das sind natürlich alles dann am Ende, ja, Kameos, aber die wird man jetzt, also, wenn man sich in der Szene auskennt, nicht erkennen, ne? Ja, ja. Aber fließen halt sehr schön ein und zeigen auch, dass, sie haben ja auch, glaube ich, viel in, nicht in Küchen gedreht, aber zumindest waren alle Schauspieler, waren mal in Küchen und haben ja die Handwerksarbeit selber gemacht, wenn sie Dinge schneiden, zuzubereiten und so, da sind keine, äh, Handmodels oder so eingesetzt worden, das haben die halt alles selber gemacht und das kommt halt irgendwo her und ich denke durch diese, ja, diese organische Integration von auch den Menschen aus der Szene oder ja auch, ne, Matty Matheson, ähm, ist das einfach, äh, hat das wunderbar funktioniert. Ja, was ihr aber auch immer noch, das schaffen sie seit der ersten Folge, aber Der Bär ist so eine Serie, die sollte man sich nicht angucken, wenn man Hunger hat. Ich fand, dass in der dritten Staffel jetzt echt gar nicht so viel gekocht wurde, oder? Also, ich fand das in der ersten und zweiten auf, bin ich voll bei dir, aber ich hab mir so ein bisschen aufgeschrieben, äh, es ist auch so, so ein bisschen Ted Lasso geworden oder Ted Lasso vielleicht schon immer gewesen, es geht um Kochen, aber eigentlich auch nicht. Eigentlich geht's auch ums Zwischenmenschliche und die Leute und gar nicht so wirklich, das Kochen ist so ein Setting und das ist so ein bisschen, fand ich, in der dritten Staffel, äh, mehr geworden als in den ersten beiden und es wurde gar nicht mehr, also die Zeit in der Küche ist ja schon sehr, fast schon vernachlässigbar teilweise, fand ich. Ähm, aber wie gesagt, wenn sie Essen halt zeigen, ich find das immer noch sehr, sehr Ja, ja, also alles, was sie zeigen, sieht halt ultra gut aus, ja. Also, ich geb dir schon recht, gerade in der ersten Staffel, diese ganzen Sandwiches, wo du halt so denkst, so, auf der einen Seite müsste hier mal wirklich mal das Gesundheitsamt durch, auf der anderen Seite sieht das trotzdem verdammt lecker aus. Also, was muss man sagen. Äh, was können wir noch, äh, erzählen über die dritte Staffel, die am 14. August endlich in Deutschland bei Disney Plus erscheint. Ähm, also ich find generell noch, wenn ich was sagen darf, einfach nur den Musikeinsatz insgesamt auch großartig. Ähm, es ist, das ist auch wieder so eine schöne Ergänzung zum Storytelling, welche Songs gerade benutzt werden, was sind die Songtexte, die gerade spielen, ähm, weiß ich nicht, gerade eine super emotionale Szene und der Songtext oder der Song ist dann irgendwie, äh, no robot, ne, sondern man ist halt Mensch, nicht Maschine, man hat Gefühle und Probleme. Äh, es gibt diese Szene, äh, Folge, wo eine, eigentlich glaube ich, eine ganze Folge mit orchestraler Musik gefüllt wird, die dann halt von ruhig zu, ähm, chaotisch-hektisch kommt oder irgendwann gibt's was, was sich fast schon anhört wie Star Wars oder, also Musikeinsatz und generell so Sound finde ich auch, ähm, tatsächlich war's mir diesmal sehr aufgefallen, in den Folgen, Staffeln davor nicht so, also vielleicht haben sie da nochmal für mich eine Schippe draufgelegt. Ja, die Musik ist mir auch dieses Mal wirklich aufgefallen, gerade die Songauswahl, die schaffen es halt immer so Songs auszuwählen, wo ich sag, oh, die, ja, den muss ich mir mal irgendwie runterladen, den Song, nee, der klingt toll, ähm, aber es ist schon alles ein bisschen präsenter, auf jeden Fall, man merkt der Serie halt einfach an, dass sie halt jetzt im, ja, im Visier der Aufmerksamkeit ist, durch die ganzen Preise, die sie gewonnen haben, durch die ganzen Lobeleien, weil, ja, die erste Staffel, die war jetzt nicht Underground, finde ich falsch verstehen, das war immer noch eine sehr aufwendig produzierte Serie, weil es so aufwendig ist, vielleicht dann doch nicht, aber du merkst schon, äh, vielleicht, dass sie jetzt schon ein bisschen mehr Budget haben, ein bisschen mehr Einfluss auch haben, ähm, was man auch merkt, finde ich, dass diese Staffel sehr deutlich, äh, Sydney nochmal ein bisschen mehr Raum gibt, ja, ähm, und Sydneys letzte Szene ist auch eine Szene, die mir auch emotional sehr nah ging, weil ich das auch irgendwie aus eigener Erfahrung kenne, was sie da durchmacht, nicht, weil ich irgendwie jetzt ein Restaurant habe, ich hatte mal mit vier Jahren, hab ich meiner Mutter was gesagt, aber gut, das passt sicher, ähm, aber ich finde halt, dass die, dass die Dynamik, ähm, Kami und Sydney, die, die bricht so ein bisschen auf, also ich hatte so das Gefühl, dass langsam beginnt so jeder für sich so seinen eigenen Weg zu gehen, nachdem sie jetzt lange Zeit so versucht haben zu fusionieren und irgendwie habe ich das Gefühl, dass Sydney damit aktuell größere Probleme hat, dass sie vermutlich bald für sich alleine dastehen muss als Kami. Ja, aber Kami ist ja auch gar nicht merkt. Ja, das ist halt. Also es ist ja natürlich schon so ein bisschen ganz klassisch, dass Kami so in seiner Vision und so weiter drinsteckt und in seinem Tun, dass er eigentlich, weiß ja Sydney ja gar nicht wertzuschätzen, das ist ja im Grunde dann so ein bisschen das Problem, äh, für Sydney, wo sie ja immer noch versucht, jetzt immer wieder ihn nochmal zu provozieren, in Anführungszeichen, hey, ich mache nochmal die und die Vorschläge oder die und die Sachen und das kommt ganz oft so zurück, äh, ja, nee, machen wir anders, machen wir so und so, so eher seine Vision und nicht deren zusammen und er, er checkt das ja gar nicht, dass, äh, sie, ja, da so, ihr, dass ihr da was fehlt und dass, das vielleicht, äh, nicht auf Dauer dann nicht gut ist und da, man muss jetzt gucken, was passiert, aber es gibt dann so, doch so ein paar Ansatzpunkte, wo ich mir denke, ah, vielleicht, äh, ja, checkt das aber halt noch rechtzeitig, ne, das ist ja jetzt so ein bisschen in der Schwebe und das muss man, glaube ich, jetzt einfach mal gucken, wie sich das entwickelt, aber das war schon so ein bisschen, ja, Klassisches, was passiert als nächstes, würde ich sagen. Hm, ja, ähm, über welche Figur wir aber nochmal ganz kurz sprechen müssen, weil die in den ersten beiden Staffeln auch sehr prominent ist, ist natürlich Richie, der ja hier auch so ein bisschen seinen, seinen Moment hat, finde ich, weil er, äh, er lernt ja den, oder wir lernen ihn, glaube ich, zu erkennen, den neuen Freund oder Ehemann seiner Ex-Frau, Frank, übrigens auch ein prominenter Cameo, wenn wir jetzt hier nicht verraten wollen, genau, ähm, und das war für mich auch eine schöne Szene, weil für mich war irgendwie ja klar, dass Richie erkennt, okay, er bleibt halt der Vater seiner Tochter und, aber er weiß jetzt auch, dass seine Tochter und seine Ex-Frau auch irgendwie in Anführungszeichen in guten Händen sind und ich finde, das ist so weit entfernt von dem Richie aus der allerersten Folge, der einfach nur laut und proletarisch und idiotisch und doof war und ich finde, dass man bei Richie auch diese Entwicklung so schon merkt, also er bleibt ein Chaot mit einer viel zu großen Fresse, ähm, aber ich finde, du merkst, dass der wirklich menschliche Fortschritte macht. Ja, also total, ich hatte damals in dem Recap zur zweiten Staffel, glaube ich, auch ein bisschen schon angeprangert, dass Richie wurde mir teilweise auch ein bisschen zu dümmlich und oberflächlich dargestellt, da hatte er irgendwie so ein paar Szenen, das fand ich schon nicht mehr normal und das hat sich hier oder spätestens dann schon mit Mitte der zweiten Staffel, wenn er dann seine Folge bekommt und jetzt eben mit der ganzen Entwicklung ganz stark zum Positiven verändert, fand ich und ey, super tiefer und reicher Charakter und kriegt er jetzt auch ganz viel Zeit zusammen mit Natalie tatsächlich, ne, mit Sugar, äh, die ja öfter mal, weil Kami ja vielleicht dann auch sehr viel beschäftigt und gerade er und, ähm, Richie und Kami sind ja doch irgendwie so ein bisschen schwer aufeinander zu sprechen im Moment und, ähm, mit irgendwem muss er dann ja auch reden und kommt dann halt, äh, glaube ich, einfach, äh, nicht näher, aber redet einfach sehr viel mit, äh, mit Natalie dann, sie treffen sich auch im Büro oder in anderen Situationen und haben halt super viele, ja, auch so bodenständige, aber auch tiefgründige Gespräche, die ich auch größtenteils irgendwie alle super fand und da ist ja auch, Natalie ist jetzt schwanger und hat halt ganz viele Sorgen, Ängste und Zweifel, aber Richie ist ja schon Vater und in der Rolle kann er ihr auch tatsächlich in Einführungszeichen mal helfen mit seiner Erfahrung, die er da schon gemacht hat, ähm, die wir dann ja auch so ein bisschen sehen, weil er ja auch mit seiner Tochter, ähm, öfter mal auf dem Spielplatz ist oder, ne, eben, äh, Dinge unternimmt und das, finde ich, war auch nochmal so eine ganz andere Sichtweise auf Richie, dass er auch auf der Ebene was weiterzugeben hat, ne? Ja, ja, ähm, wir haben im Vorgespräch, oder hast du gesagt, du hast ganz viele Sachen aufgeschrieben, irgendwie gefühlt 20.000 Seiten, ähm, ich für meinen Teil wäre jetzt aber durch, ich möchte dir aber natürlich nicht die Chance nehmen, noch irgendwie weitere Sachen anzusprechen, über die du gerne reden möchtest, mein lieber Manuel, deswegen, hast du noch irgendetwas, was du loswerden möchtest zu The Bear Stapel 3? Also, ich hab, äh, sehr, sehr viele Dinge aufgeschrieben, die ich einfach nur absolut großartig finde und ich glaube, das darf sich auch bitte einfach jeder selber angucken und man muss auch nicht alles vorwegnehmen. Ich hätte noch viele Sachen, eine Sache will ich nur noch sagen, es lief in der, wann war das, letzten oder vorletzten Folge, hat sich Markus ein Video angeschaut, in der Opening-Szene von einer Folge, über Magie und es gibt so einen Sprecher, der da was drüber erzählt und so weiter. Das ist Martin Scorsese, meine ich, oder? Ah, das könnte sein. Also, weil, ich weiß, welches Thema du meinst, weil die Staud Ewigkeiten, wirklich total lange und ich meine, dass das am Anfang derjenige ist, also du siehst, also kurze Erklärung, man sieht halt so alte Ausschnitte aus älteren Filmen und dazu halt eben wird geredet über die Magie, die Illusion, die wir so machen und ich meine, das ist, ich meine, ich hätte das vorher schon mal gesehen, ich meine, das ist aus einem Film und ich meine, das ist Martin Scorsese, der das sagt, aber ich möchte das jetzt nicht unterschreiben. Das kann sehr gut sein. Auf jeden Fall geht es eben so ein bisschen darum, einfach zu sagen, hey, es sind hier ganz viele kreative Köpfe am Werk und wir wollen hier einfach Dinge erschaffen, Leute unterhalten und so weiter und es gibt eine, dann eine Szene, wo ein Bild oder ein Still aus A Trip to the Moon erscheint und genau in dem Moment spricht der Sprecher drüber, but we're trying to create something different und das war für mich einfach die Essenz aus The Bear. Ich fand das einfach ein so starkes, schönes Bild, dass sie einfach versuchen, mal was anders zu machen, aber auf einem Niveau, was unfassbar hoch ist und den Zuschauer wertschätzt und den Zuschauer mitnehmen will und mehr habe ich dann, glaube ich, nicht mehr dazu zu sagen. Ich fand es einfach schön. Ja, einfach schön, so würde ich jetzt einfach mal ein Fazit zu dieser Staffel sagen. Es bleibt einfach schön, The Bear ist, und das haben wir, glaube ich, zu Beginn auch schon gesagt, also eine der stärksten Serien, die es aktuell gibt. Für mich ist es die stärkste Serie, die ich gesehen habe. Ich gucke nicht mehr so viele Serien wie früher, das sei aber gesagt. Trotz allem, ich glaube, Staffel 3 wird bei mir nochmal steigen, wenn Staffel 4 da ist. Das kann sein. Weil es fühlt sich so ein bisschen an wie Staffel 3.1, das muss man sagen, aber es bleibt eine saustarke Serie, tolle Schauspieler, grandios inszeniert, sie finden immer die richtige Balance zwischen Authentizität und Kunst. Also da ist auch ein ganz starker Kunstwille in dieser Serie drin. Alleine wie sie erzählen, dieses Showdown-Tel, ganz, ganz famos. Und also, wenn ihr die ersten beiden Staffeln geguckt habt und sagt, das ist der größte Scheiß, dann frage ich mich, warum ihr davon zwei Sachen geguckt habt. Aber gut, dann lasst gesagt sein, dritte Staffel 3 wird nichts für euch sein. Wenn ihr großer Fan seid, die ersten beiden Staffeln, dann sage ich, ihr werdet auch die dritte Staffel mögen. Vielleicht sollte man sich damit ein bisschen arrangieren, dass jetzt so leichte Ermüdungserscheinungen vielleicht auftauchen hier hin und wieder. Aber wirklich nur einen ganz, ganz marginalen, klitzekleinen Mühbereich. Zumindest war es bei mir so. Insgesamt hat mich aber auch diese Staffel wieder komplett überzeugt. Und ich freue mich sehr auf eine Zweitsichtung. Und ich habe es bis jetzt immer so gemacht. Ich habe die Staffeln immer zuerst im Original geguckt. Und dann, wenn sie in Deutschland erschienen sind, dann nochmal in der deutschen Synchro. Und das werde ich hier auch nochmal machen. Und ich freue mich drauf. Und es war mir eine große Freude, das hier mit ihr besprechen zu dürfen. Das wäre mein Fazit. Also von mir aus eine ganz klare Empfehlung. Und Manuel, warum findest du, ist The Bear Staffel 3 das Schlimmste, was Disney Plus je verbrochen hat? Das ist ja gemein. Weil ich, äh, 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 hm. Ich konnte Olympia nicht gucken, weil ich unbedingt Staffel 3 zu Ende gucken musste. Deswegen. Okay. Guck diese Serie, wirklich. Es ist einfach nur ein Traum, ein Fest. Es war mir auch ein Traum und ein Fest, mit dir hier zu podcasten. Wir müssen jetzt leider Schluss machen, weil jemand, der hier anwesende Person noch umgeht, Olympia gucken muss. Das stimmt gar nicht. Wird der trotzdem tun, aber. Ja. Vielen Dank, ihr draußen, fürs Zuhören. Denkt dran, Tele-Stammtisch gibt es überall, wo es Likes und Podcasts gibt. Außerdem haben wir eine eigene Webseite, www.tele-stammtisch.de. Ihr könnt uns aber auch gerne bei Discord besuchen, tele-stammtisch.de slash Discord. Da findet ihr all unsere Redakteure, Redakteurinnen und könnt mit anderen Leuten über Filme und Serien, Palavern, ihr könnt auch irgendwelche idiotischen, Sachen posten, wie zum Beispiel, hier habt ihr ein Bild von einem Apfel oder so. Ich weiß es ja nicht. Ich bin da, ich meine, ich bin auch dabei. Stark, das ist der Content. Das ist unser Content, genau. Also, wir haben eine sehr, wir haben eine sehr glückliche Community. Ne, schaut da gerne vorbei, das macht wirklich Spaß. Da ist tatsächlich eine schöne Diskussionskultur. Ganz viele Dinge werden ausgetauscht, unterhalten. Denn Leute, nicht nur wir, auch andere Leute sind am Start. Aufsichtige Krankheit. Genau. Okay. Das mit der Werbung müssen wir nochmal irgendwie ein bisschen üben, glaube ich. Das kann Chef besser. Gut. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ich sage Tschüss und Manuel, dir gebe das letzte Wort. Ja, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zu Staffel 4. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcastprojekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcastplattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.